So, wir müssen hier noch mal beim Auto Luft reinmachen. 3,3 und 3,0, Diggi. Wir müssen noch mal Luft drauf machen, irgendwie. Das geht nicht auf! Mensch! So, 3,3 und 3,0. Irgendwie ist das wohl normal, dass da ein bisschen Luft ab und ab mal rausgeht. Also, wenn man viel gefahren ist. Keine Ahnung, ich habe mit meinem Ansprechpartner geredet, jetzt müssen wir hier mal nachfüllen. So, 3,3 braucht der Kollege. Jo. Gut. Okay, so sieht das aus. Und eins müssen wir mal feststellen, Plastikkappen auf ein 280.000 Euro Auto ist eine Frechheit, Mercedes. Boah! Tiga! Boah! Tiga! Das geht hier heute rund, Alter. Tiga! Das ist ja heftig, Alter. Boah! Und da geht's zur Sache. Und irgendwo da unten, in der ersten Reihe, habe ich noch ein Plätzchen. Das wird richtig King heute, Diggi. 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 und und dann durch So ein verrückter Hatt, Diggi. Geil, Diggi. Gerade keine Fotos, Diggi. Geil, Diggi. Das ist echt toll, Diggi. Oh, wie realistisch. Oder? Sei ehrlich. Wir sind hier die Ein-Avis, Säger. Wir sehen voll gut aus, Mann. Hey, wie geht's euch? Mach mal Mr. Bitcoin. Hey, hermano. Schnell, jetzt zieh deine Hose aus. Wieso die Hose aus, Säger? Das weiß ich auch nicht, sag ich dir ehrlich. So, jetzt geht's los. Hauptkampf. Pauli, du Dreck-Sau. Da ist der Pauli-Sohn. Ach, diese Scheißlinge in der Mitte, Mann. Du Gassbessermann, Digga. Jetzt geht's rund, Digga. Jetzt geht's rund. Geil, Digga. Ja, richtig geil, Mann. Richtig, richtig geiles Feeling. Mit den Onkels reinlaufen, Digga. Ja, so. Ja, so. Das ist jung werden, der. Das ist jetzt so ein geiler Kampf, Digga. Das ist jetzt so ein geiler Kampf, Digga. Wir stehen wirklich seit 20 Minuten hier am Stau. Es geht wirklich null Prozent voran. Und jetzt habe ich einfach rausbekommen, dass ich hier eine falsche Adresse eingegeben habe und wir hätten hier gar nicht stehen müssen. Einfach falsche Adresse im Navi eingegeben, Digga. Im absoluten Trümmerbruch, sag ich ehrlich. So, ich warte jetzt hier hinten im Auto. Was geht? Ich bin richtig K. Oh, Digga. Oh, Digga. Warum warte ich hinten im Auto? Weil ich in Frankfurt so krank erkannt werde, ist nicht normal. Mein Geschäftspartner ist jetzt noch bei McDonalds. Das ist eine riesen Schlange. Und vorne im Auto geht nicht warten, weil die Leute dann die ganze Zeit an der Scheibe kloppen. Deswegen sitze ich jetzt in meinem eigenen Auto hinten auf der Rückbank und warte, dass mein Geschäftspartner McDonalds holt. Weil wir noch extrem Hunger haben. Irgendeinen vegetarischen Burger schnell snacken. Dann müssen wir noch zum Hotel fahren. Also vor drei bin ich nicht im Bett. Oder wahrscheinlich nicht mehr im Hotel. Seit zwölf Uhr unterwegs. Sportlich, aber war ein schöner Tag. Jetzt chill ich hier noch kurz und warte auf meinen Snack.